Ich hatte keine Muni mehr. Ich hatte nur mehr die MP dann, die Poolfrog. Deswegen konnte ich dann nicht mehr auf Distanz gehen. Darum habe ich mich dann links verzogen statt rechts. Ich habe alles verschwarzen an die draußen und ich konnte nie einen Looten, wenn der nächste kam. Und dann kam die Zone. Dann habe ich eigentlich gehofft, dass dich einer killt. Dann bin ich ein Haus weitergegangen und habe gehofft, dass einer bei dir haben. Dann hätte ich dich gelootet. Und ihn. Bist du dann jetzt zurückgekommen, wie die Runde vorbei war? Ja, oder? Bin ich was? Bist du schon zurückgekommen, wie die Runde vorbei war, oder? Ich bin einmal kurz zurück gewesen und dann hat sie sich gleich wieder gemeldet gehabt und dann... Ja, ich meine jetzt dann zum Schluss. Hast du noch gesehen, wie du stirbst, oder? Weil ich bin vor dir gestorben. Nein. Da war das Game schon aus. Ja. Also, wer merkt jetzt? Ich bin nämlich vor dir gestorben. Du. Äh. Weil ich bin vor dir gestorben. Ah, okay. Weil ich nicht gestorben bin, ist dank Grad, dass Gaza zu dir kommt. Ich habe ja gewusst, was du nicht da bist. Dann habe ich mal gleich was von dringend kommt. Und dann ist ja nicht da, dann können wir, wenn du zurückkommst. Was? Ist auf jeden Fall Flieg zwei gelandet? Scheiße, Dix-Tunnel. Und du uns meinst? Ja, ich habe Glas gehört. Wir nehmen Kontakt. Nein. Ach. Das hat die Tür auf und zu gemacht. Weiß nicht was das jetzt war für ein Move. Ich wollte nachladen und aber die Tür halt. Leider. Das war's. Wir schicken dich zurück zur Basis. Dein Team kann dich noch freikaufen, wenn es genug Geld hat. Also das war aber einer der Gulags unter Lost angeordnet. Meiner, gell? Ja. Zielkontakt! Jetzt ziehst du das Auto fixieren. Den hab ich voll verhebt und nur auf die Beine getroffen. Nein, du hast das gut gemacht wieder. Du hast ihn angeschossen. Dein Problem ist, wenn er weg ist, schießt du weiter. Dann wirfst du einen C4. Das heißt, du hast nicht geschaut am Anfang, was du für Sachen hast. Genau. Und dann blendest du dich selber, weil du die Blendkanade irgendwie im Gehen oder keine Ahnung was. Und damit hast du dich schon zweimal aus dem Spiel genommen. Mhm. Du hättest da auch eine Lupe-Minnung wegen Kohle. Oder aus dem Gegner. Oder da Kopfgeld. Die Krone kommt auch. Leider keine Waffe zu machen. Okay. Ich hab auch irgendwie nur gefühlt, dass das keine gute Runde wird. Keine gute, gell? Ja. Weil wir schon so früh gestorben sind auch. Ja. Mal, dass schon alles gelootet war. Ich glaub, die haben gerade eine Krone gezündet. Und dann kämpfen wir aber hier, oder? Dort kämpft er. Und der Lupe ist genau in die Richtung. Was? Das ist verrückt. Manchmal denke ich mir, das ist so absichtlich. Richtung Gegner. Das ist so. Ja. Wo geht das denn? Da geht ja hinten irgendwo. Pass auf Heli. Ja. Ah, hab ich grad gesehen. Und sie fixen Drohnen und dann bin ich dran. Ja. Geht die weg? ist es nicht mehr risiko ich muss jetzt zu den job wo ich zuerst mal zurück ja ja hätte ich so auch gemacht ich mache das jetzt nur ich vertraue nämlich selber habe jetzt siehst du mich rechtlich wohl besser und schon siehst du ich wieder zurück bis die checken von wo das herkommt man sich in zwei minuten kreis getreten war in unserem haus quasi noch was ja aber ich kann ja nicht sagen ob wir jetzt gegen sein und das war halt nichts hatten beraubt oder so ok ich würde dann gleich zu unserem stop darauf gehen in einem loire dort du willst du dem shop da hast du viele platte in dem rom ok dann komme ich da runter danke ja dann aber stellen wir das keine shops und ist dann wie ich in jedem eck von einfach dann shoppen das ist ein effekt weil immer meine drohnen aktivisten ziemlich unsicher von wo sie kommen das gas weistet sich aus sicherheitszone verlegt schon mal da du erhältst eine ausrüstungslieferung vergründete ausrüstungslieferung unterwegs pukk 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 Ich treffe irgendwie sehr seltener auf Gegner, wenn man Loot kommt. Hauptsache wir haben keinen Loot. Dann kriegen wir eins auf die Schnauze, dauernd. Ah Bullfog, das fühlt sich aber... Das ist das einzige, was ich wirklich, sag ich, irgendwie natürlich schade finde. Warst du schon in dem Ausdruck? Dass alle Waffen irgendwann mal wechseln? Nein. Aber da war überall schon wer. Okay. Noch immer. Da ist es kein Loot mehr gewesen. Passtens wie manchmal Leute looten. Hast du noch eine letzte Platte, wenn du brauchst? Ja, danke. Du warst das mit Klaus, ja. Äh, hast du ein Herz, oder? Ja. Ich weiß nicht, gerade echt nicht, wo wir hingehen sollen. Daher auf den Berg rauf und meines abfangen, so wie so. Ein Geld für eine Drohne. Das ist halt auch etwas. Entweder du hast massen auf Geld und wir kommen nicht dazu, einen Looter zu kaufen, oder wir haben kein Geld und können uns gerade mal einen Looter kaufen und für keine Drohne. Wir könnten in die Ruinen vielleicht ein bisschen looten gehen, noch für Geld. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber... Wenn ich so weit weg ist, das hätte ich nicht leichter gehen. Aber vielleicht ist ja dort noch was. Du wirst halt einfach raus, wenn ich nicht sehe. Das ist einfach, wenn du die Chance der verdreue ich nicht. Das Auto, da taugt man nicht. Da ist einer, vorne. Position für dich markiert. Da unten auch. Der ist da hinten irgendwo. Muss nachladen. Da ist noch einer. Ja. Ich muss nachladen setzen. Hau ihn verscheucht. Position für dich markiert. Stark. Oder war ein zweites Team, oder? Das kann ich dasselbe klingelissen sein. Ich habe nur den gesehen. Nur das. Jetzt habe ich nichts. Aber ich wurde von hinten an... Zumindest nicht in der Nähe. Choreos. Für mich sehr kurios. Einziger Fehler, was du gemacht hast, du bist halt zu zögerlich gewesen. Ja. Weil wenn ich den ersten schon getötet habe, ja? Mir ist vermutlich der zweite in diese Richtung gekommen, weil er gesagt hat, hey, habe ihn angeschossen, er ist One-Hit, er ist... Da hätte man ihn in die Zange nehmen müssen gleich. Alter, wo ist die scheiß Kiste? Da muss man decken. Und ich hatte in der Puffer keine Munde mehr. Und er konnte eben nicht nachladen, weil... Meine Fifty-Fifty-Shots hatte ich nicht so. Die Kiste ist verpackt in der Wand noch immer. Ah, okay. Wenn man so nicht genug von der Zone läuft. Sorry, aber ich dachte, dass da mehr Loot ist. Sehr gut, die haben wir gelootet. Aber allein auch schon vom Schaden, siehst du, du hast ein Drittel von meinem Schaden, ne? Siehst du, als du drunten hast, du nicht einmal einen Überwartentschaden. Stimmt. Weil es ist kein Kill, aber es ist das, was ich gemeint habe, mit Unterstützung und dadurch. Wie du gesagt hast, du hast dich verscheuert. Hast du? Ja. Ich hätte einfach nicht gleich runter gehen dürfen. So hätte ich noch ein bisschen verzögern müssen. Ich gehe da ein bisschen nach links, aber... Okay, okay. Ich glaube, ich habe mich halt nie irgendwo jetzt auf einem Ort zu bleiben in den Schaden. Das ist ein Auto. Ich komme dort hin. Das ist ein Shop. Ich habe ein Brezi mit. Ich schieße mal hin. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Stark. Okay. Okay. Ich gehe hier, die Kiste ist noch da. Aber es ist immer auch schon der Spöse, ja? So. Ich gehe da nicht. Aber Aufklärung unterwegs. Drohne beginnt Überflug. Gute Stelle, mein Tier. Ja, die Kiste ist jetzt weg. Hintel die Auto. Bleib ruhig. Ja. Drohne? Drohne Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Das hat er mich sicher gesehen. Wir schießen auf mich. Oh, von der Seite, okay. Von der anderen Seite, dahinten. Worum ein Auto gekommen ist. Danke. Das war richtig, Herr Kolas. Ich will immer zwangkraft markieren, aber irgendwie. Ist aber nicht immer das Gute. Weißt du, du markierst genau das Auto, also genau die Pose vor uns. Ja. Und rennst mir aber entgegen und sagst hinter uns, also. Gute Stelle, mein Tier. Ah, ich sag mal, noch eine Mine. Das war der zweite, also. Ja. Das war nicht. Oh. Die Zone wird verlegt. Okay. Gute Stelle, mach hier! Amen. Stark. Ich hole mir den Mut. Ich habe eine Gasmaske, aber du bist ganz hinten gegangen. Okay. Ich habe eine Gasmaske. Hast du eine Gasmaske? Sorry. Habe ich dich gecall-outet. Na, warte schon. Na, muss man ja nicht fallen. Das ist sonst ein richtiges... Das ist schon. Das wäre schon. Genau. Der Rauch ist noch immer dort. Er hat es gesagt? Nichts, oder? Hinter uns einmal nicht. Nein, nein, vor uns. Nein. Ich komme zur Mauer vor. Ich bleibe noch ein bisschen da. Ah, es ist schon so spät. Wahnsinn. Thomas hat verflogen. Du siehst auch, wir machen wesentlich weniger Runden. Man hat nur das Gefühl, das ist die sechste Runde. Und deswegen war's so... Was jetzt? Das ist egal, weil wir länger überleben. Also, wir müssen gleich sterben und... Wofür hast du gesagt, dass du die Runde mit orsch? Ich... Ja, das ist sie gut. Noch gekommen. Ja. Ich spiele jetzt auch eher mehr auf Wynn. Also, ich lasse es jetzt in die Kiel. Das letzte Runde ist wurscht. Also, es ist ein Schattes. Weil normal, wenn ich jetzt auf Kiel spiele, wäre ich jetzt schon... Würde ich schon weiter runter gehen. So ehrlich gesagt, würde ich dann eher da rüber gehen sogar. Auf dem Weg. Okay, dann gehen wir rüber. Ich meine, das ist die nächste Anhöhung. Aber dann schauen wir, wie die Zone fällt. Wenn die Zone nach rechts unten fällt. Und wir links oben sind, müssen wir wieder so. Auf jeden Fall ist da unten dann auch ein meistgesuchter. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Heli? Da ist ein Heli. Feindlicher Heli unterwegs. Der landet dort. Hast du noch den Brezi? Nein. Wann hast du den verschwindet? Ich glaube, ich habe unabsichtlich was anderes aufgenommen. Und die, die... Ich habe unumsichtlichen Panzerplatten-Bundle aufgenommen. Das kann man nicht schon testen. Man kann nur statt einer Abschlussserie. Aber wo rennst du hin damit? Und wir wollten doch einen Berg weiter rauf, oder? Ja, ich habe gesagt, kommt auf einmal die Zone geht. Ach so. Aber es bleibt dort. Die Zone sind genau unter uns jetzt. Da war ich nicht drauf gelassen. Ja. Die Gegner? Das war bei mir auch. Unter den letzten 10. Gut gemacht. Wo Gegner? Da unten. Das ist runter, ein Wasserfall runter. Ich weiß jetzt nicht, ob oben uns die noch sind. Nein, das ist ganz unten. Gute Stelle, Matthias! Ich weiß nicht, die wurden zuerst beschossen, aber... Du bist ja jetzt wieder allein auf sich, gell? Ja. Der eine sitzt da unten auf jeden Fall bei den Staden, wo ich markiert habe irgendwo. Da ist er jetzt. Da ist er für dich markiert. Siehst du? Du bist gesplittet wieder gut. Du musst halt vorsichtig sein, wenn man an ist. Ja. Pass auf, dass du nichts von anderen Bergen jetzt gesnappt hast. Das wäre nirgends von dir. Dort, wo du markiert hast. Na ja, generell jetzt so in diese Richtung. Da ist unser Sammeltopf. Da ist unser Sammeltopf. Da hat er mich gesehen. Ab zur neuen Sicherheitszone. Das bleibt auf jeden Fall, musst du aufpassen. Ich sehe ihn jetzt halt nicht. Dann wird von unten noch abgeschlossen. Schau, dass du Meter machst, solange er beschossen wird. Wird er noch beschossen? Ich hör's nicht, nämlich. Du musst schauen, Leute. Boah, da ist auch der Seite nicht mehr. Ich bin jetzt Richtung G unterwegs, weil ich ausweichen musste. Wennst du erst dem raus? In das? Ja. Aber langsam, du bist wieder vollgas rein, Norbert. Wenn dabei drinnen sitzt, bist du wieder tot. Fenster, hätte ich auch nicht kaputt gemacht. Es gibt alles Lernen. Man macht alles Lernen, besser gesagt. Naja, stimmt. Und jetzt diese Seite auch ziemlich beachten, weil wenn der uns umrundet jetzt. Okay, nein, umrundet sonst glaube ich nicht. Ich glaube, der ist jetzt da drüben abgesprungen. Da hab ich jetzt kein Fenster jetzt. Aufpassen. Auf der Seite. Macht schon, macht schon. Ein, zwei, ein Team und ein Team noch. Ich werd dann mit der Zone raus. Schau mal, wie die Zone geht. Schau mal, wie die Zone geht. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. In dem Haus ist einer. Genau in der Zone. Okay. Fuck. Wir müssen aber dorthin dann. Ich renne mal vor. Eben das Fenster ab. Okay, so nicht. Stehst Openfield-Nord. Ja. 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 Das hat uns jetzt gehört. Nein. Das war jetzt lost von mir. Das war halt lost jetzt. Weißt du, dann musst du das Fenster, wenn ich sag, der ist da oben, dann musst du das Fenster ab. Ja. Nein.